Oh, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom... Der Item-Tracker ist noch falsch. Ja, so heißt das Projekt, äh, Rebirth. Und wir machen weiter, und ich hoffe, dass wir wieder Bloat-Gegner... Oh, Judas. Oh, und schon ein geiler Start. High in the back. Da geht jetzt bewusst nicht rein. Judas ist momentan vom Damage-Schwert her, der ist einer der stärksten Charaktere. Und vor allem kann er auch schon so stark werden, ähm, weil er ja schon von Anfang an Book of Belial hat, was Temporär Damage abgibt. Und, was ich noch cooler finde, der Book of Belial, Junge. Äh, Book of Belial hat den Zusatz-Effekt, dass wir zu 100% ein Devil-Deal bekommen, oder ein Angel-Deal. Oh, 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 diese Sick-Moves, diese Sick-Dance-Skills. Bin ich voll groß-konkret ausgewiesen. Ganz schnell vorbei mit den Zombies. Ja, das sollen alle Zombies darstellen, alles. Die Totengeschwister von... ...Isaark. Das Soldat würd ich gern behalten. Das war... Oh, man soll's watchen. Menstru! Und... Blub. Das heißt, ich mach... ...schneller Fight. Na komm, machen wir doch so, geht das nicht schneller. Uh, Bluecap, HP und Tears Up. Aber Shot Speed ist down, aber damit kann man leben. Aber okay. Das ist schon mal ein schöner Start, finde ich. Bluecap ist geil. Wenn wir jetzt noch Miet finden, bitte ich glücklich. Oder Magic Mushroom. Oder Blimstone. Blimstone ist immer gut. Ganz ehrlich, ich... Ich zeig schon wieder mit dem Ganzen ganz ehrlich, aber das hat mir schon mal ein Kumpel gesagt. Wie auf, sagst du eigentlich in deinen Videos ganz ehrlich? Naja, auf jeden Fall, ich war wohl ganz ehrlich. Oh Gott, da war's schon wieder! Ähm, was ich sagen wollte. Au. Mein Lieblings-Item in diesem Spiel, das wirklich brünkt, doch. Ich mach diesen Gläser. Ich fahre den sowas von ab. Äh, Schluss haben wir jetzt. So. So, so, das haben wir. Hier die Fleasius noch. Die Fleasius-Fleasius. The Fleasius. The Fleasius of the other. Was kriegen wir hier? Yo! Lil Wimstone! The damage is real! Blub. Blub. Lil Wimstone. Meiner Meinung nach der stärkste Femmele hier. Ich meine, du hast einfach mal so'n... Ja komm, jetzt holen wir mal einen Job rein. Jetzt schau' ich mir da erst richtig rein. Trägt doch noch einen Zollhardt. Ich liebe Little Blumstone. Juh, das wird das Larry Junior. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, warum ich ähm... Little Blumstone liebe. Ich will... ...HP haben. Und, was haben wir hier? Hm, wir sind verlockt. Ja komm. Gappis brauche. Blub, blub. Und wir haben einen Gappi-Teil schon mal. ...Dankes. Meine Münze nicht wieder mit. Danke, Satan. Haben es doch gerade unsere... Irgendwie so... ... unsere ganze Seele verkauft für... Okay, unser... ...Ganzes Leben... ... für ein paar Seelen. Okay, das klingt auch irgendwie falsch, bin ich. Haben wir unsere Seele verkauft und kriegen noch eine Münze geschenkt. Danke, Satan. Good guy, Sada. So geht's drauf. So. Die Mini-Gebiets soll ich schon weg haben. Einfach weil ich mein Geld eigentlich mag. Auch wenn es nur eine Münze ist. Oh. 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 Oh, das weiß ich nicht. Krampus, Baby. Ich bin natürlich nicht mehr an Krampus. Powerlelelelelelele. Und Speed Down, hat sich echt gelohnt. Okay, also in den Boss-Rooms, äh, in den Devil-Rooms vielleicht hier nicht mehr. Müssen wir jetzt nur noch aufpassen, dass wir überleben. Sehr schön. Kann man jetzt auch hier schnell in den Item-Room? Ist doch egal, dass ich noch ganz leise war, da muss ich mich nicht kontrollieren. Holy Mantle, Holy Shield. Ah, kriegen wir hier vielleicht noch einen Magic Mushroom? Kriegen wir ein? Ah, für sowas Pferd. Na, hier wird ganz nirgeln. Kein Stück Schlaufe, kein Stück Schmache. Hier wird so gesprochen, ja, kein Stück Schmache. Ah ja, in den Schüssel kann man nicht ran. Es sah jetzt gerade so einen Moment lang aus. Oh, ein Kleingeld, scheiße. Nö. So, der hat auch schon püschelt. Äh, den hab ich gerade in die Luft gejagt, damit meine Devil-Deal-Chance steigt. Also ich will mit Judas eigentlich ungerne auf sowas gehen wie, na äh, Angel-Deals. Ich finde auch Devil ist der eindeutig stärker. So, und wir bekommen einen Ball of Bandage. Schauen wir in den Devil-Deal rein. Ich sage, da war ein Linken-Cent of Krampus. Oh scheiße. Wird damit gerechnet. Ach ja. Ich spiel dieses Spiel echt schon nicht so lange eigentlich. Jetzt mit dem Ball of Bandage kam eigentlich nur eine zweite Art Gegner zu klatschen. Und so war es. Ja, da habe ich mich gerade relativ doof angestellt. Okay. Der Ball of Bandage finde ich auch dafür dann, oh geil, Ball zu ziehen. Äh, um Projekt jeder abzuwehren. Komm, ich brauche noch nicht. Oh nein. Es wird. Komm. Komm. Manche ist schon daneben. Ah, da geht's schon drauf. Äh, Fächer haben wir jetzt gleich einen schwarz-lossen Champion-Peep und ich gehe schwere davon. Ja, Champion-Peep. Das heißt, dieser Peep ist schneller und hat, glaube ich, auch mehr Leben. Oh, also nur spiele ich jetzt nicht hier das normal. Also bei allen Dingen weiß ich, da war Peep ja noch so derbe OP. Okay. Also Peep ist eigentlich immer noch ein schwerer, äh, schwer zu handeln der Boss, aber er wurde schon gebalanced. Es ist echt nur noch schwer. Oh, da haben wir ja wieder den Black Lipstick. Und der Schnee-Bagene mit. Okay. Die müssen wir jetzt ja also komplett wechseln. Auf alle anderen nehmen wir auch mit. Oh-oh, das habe ich ja auch noch ein Ding in der C семьi-Fekbung. Ohhh. Die haben wir mit аккумуlesen-Bagenees psychische Trommel. Aber nur einen Kosmetik-Effekt, was Sex Puppet ist. Glaubt. 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 Ja, ich bin ein bisschen krass. Boah, ich finde die eine, die sehen gar nicht mal so... Wir sehen so viel unschuldig aus. Ja, ja, egal. Oh, Pembryos! Fight it Rock? Mit... Zwei Solar Arts. Ah, das war ein Trigger. Wenn das jetzt auch... Oh, einer hat das Damage gemacht. Oh, wir haben es überlebt. So, jetzt könnte ich bald ein Item-Room bekommen. Oh, Mann. So. Ich bin aber auch nicht wieder ein bisschen ruhiger. Aber... Das sollte ich jetzt eigentlich wieder haben. Hallo, Lerby. Und so. Das war die... Ne, das war nicht überhaupt das Spiel. Das war die Luck-Up-Pille. Hier ist die Unbekannte. Eine Tele-Pille. Und hier waren wir noch nicht. Das heißt, wir sind am guten Wege. Hier ist vielleicht der Zweite nur. Ja, das... Durch die Sorge. Keine Sorge. Ich hoffe, dass ich da fisse. Okay. Nein. 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 Eigentlich sind die jetzt echt putzig, so wie die hier rumlaufen und rumlaufen, aber es ist mir die Kacke. Uh. Das ist jetzt echt nice. Das ist verdammt passend gekommen. Jetzt haben wir wieder einen Herz-Container und ein bisschen mit. Damit sind zwar was langsamer, aber wir gehen es eher um den Herz-Container gerade. Ist das zwei Schlüssel wert? Ja, komm. Wow. Irgendwie ja doch nicht so möglich. Ich will die Stacheln. Ich will die Stacheln. Wir wollen keine Stacheln. Und wir haben wieder Chad. Blub. Ja, ja. Chad ist jetzt echt kein Problem mit... der Brimstone. Und tschüss. Aber wir kriegen wieder Little Chad. Weil Chad immer Little Chad fallen lässt. Was haben wir hier? Hm. So nix was sich lohnen würde, finde ich. Wer wäre jetzt ein Dead Baby... äh... Dead Baby... äh... Dead Cat gewesen. Hätte ich doch sofort genommen. Hätte ich doch sofort genommen. Aber naja, dann kannst du auch nix machen. Kannst nix machen. Kannst nix machen. Kannst nix machen, kannst du gestoken, musst du weiter so, du Freude. Hä, dafür... dafür... man fang jetzt keine Stacheln. Da ist noch wieder ein Titan Rock. So. Dann mal hier. Wie das weißt du das Auto hast, wir werden schön tanky. Und fordern jetzt nicht mehr raus. Bitte. Full help you. Parallel analysis. Ach stimmt, wir haben ja den Holy Mantle. Wir können ja jetzt immer gratis in die Cursed Rooms gehen. Ich bin auch momentan auch wieder in so einer leichten kreativen Schaffensphase. Ach da war noch was glue. Scheiße. In der kreativen Schaffensphase würde ich es mal nennen. Ich weiß ja wirklich was ich noch Let's Playen soll. Vor allem bin ich jetzt auch schon so ein bisschen am nachdenken nach TBP, was da so kommen soll. Wo ich nämlich auch mal beim Gedanken. Scheiß Masken am Herzen. Äh Gedanken war. Wo ich mal dem lieben Tagoon vielleicht mal ein Projekt machen sollte. Ich hab grad ernsthaft überlegen. Scheiß wie heißt die am Alten. Ich hab grad echt ein bisschen peinlich. An dieser Stelle ist es tut mir furchtbar leid. Liberty Cap. Die nehmen wir davon mit. Warte mal das ist eigentlich voll wert. Jetzt haben wir hier wieder vier rum. Jetzt muss ich schnell sein. Sehr schön. Headless Horseman. Scheiße. Und die Teile sind sehr nice. Ja wie gesagt wenn euch da irgendwas einfällt. Oh nein. So. Doppel Treppe. Einhauen die schon alles jetzt hier genug. Ich weiß, was zehnmal funktioniert. Das hat aber richtig nice funktioniert. Ja. Okay dieses mal ging es eigentlich. Bell. ja wohl noch ein Gabi-Teil. Nur noch einen, sondern wir sind Gabi und der Mann ist quasi safe. Ich würde aber nur gerne in den hier hin und dorthin sprengen. Und da links müsste noch so ein... Oh Scheiße. Da habe ich gerade fast zu spät realisiert, was losgeht. Hier müsste noch die Haltungen sein, jawohl. Und was haben wir hier Feindes? Na, nicht die Hecken-Share. Und hier eine Black Handle, die nehme ich immer gerne mit. Und hier mache ich das nochmal so, weil ich will die... Die Pille war die Lagarde, genau. Oh, da hätte ich mich gerade fast vertan. Ich glaube, ich mache es auch nochmal so, dass ich hier nochmal so ein Safe reinschmeiße, wo die Donation Machine voll ist. Jetzt kann ich mich so ein bisschen behindern, finde ich. Aber finde ich mal ein Grund, dass wir die Black Handle haben. Keine Kürzes mehr. Und jetzt hier. Oder hier. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann dieses Video rauskommt. Deswegen halte ich mich so ein bisschen zurück, weil ich nicht weiß, was ich jetzt alles erzählen kann. Zum Beispiel weiß ich, dass es bald... Ne, 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 ne. Ich drücke es so aus. Ich habe den lieben Trivoro was gesponsert. So kann man es gut nennen. Wie wird man bald erkennen? Wie wird man bald, äh, erkennen? Ich muss echt teilweise aufpassen, wie es was ausdrückt. Ich habe halt auch mal... Es wird schon voll lange kein Projekt mehr so aufgenommen. Ah, ich fahre jetzt aber auch... Ich will aber erstmal den Tarunen fahren. Ich bin gespannt, wie ich so... Wie ist es denn? Hallo, Mann! Was? Das habe ich wirklich noch gegriffen. Das geht aber jetzt mal da rum. Also... Dann gehen wir weiter... So, das hemmen wir. So, sehr schön. Ah, die Teile sind nicht... Ich kann nicht einordnen, was es sein soll. Also, fast alles, sobald ich jetzt ja irgendwie an menschlichen Körper angenehmt und so weiter. Oder irgendwie so an Zombies oder sowas. Also, eigentlich, ich sag jetzt mal, haupt dich mal an, was echt ist. Ja, okay, Zombies sind zwar nicht so ganz echt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Gut, jetzt können wir das ganz schön hier auch konzentrieren. So, was geschafft. Oh, hier können wir die Bomben schon investieren. So. Jawoll, hier haben wir schon eins. Ah, nur eins. Aber warum? Armut an die Scham. So. Nein. Oh, shit. Bin auf der Tasse gekommen. Warte, wir brauchen ganz schnell 5 Münzen. Ich will selbst Options haben. Ich brauche Münzen. Ich brauche Münzen. Ich brauche Münzen. Münzen. Das meine ich, hätten wir jetzt die Donation Machine voll, würden wir locker Münzen an Münzen rankommen. Aber naja. Wir müssen halt mit Konsequenzen leben. Hä? So, wir haben eine Amnesia. Ah, ich glaube da oben war doch ein... Wo was, wo wir noch nicht waren? Ja, hier links. Komm schon. Ich bin jetzt mal ein... 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 Die Flo-Jaw-Man, wenn er jetzt was von... Ach verdammt, hier ist er schon warm. Hab ich nicht nachgedacht, was hier schon warm ist. Na gut. So weifen wir den eleganten Schenkel unserer Mutter aus. Genau diesen. So... Und wir nehmen das Polaroid mit. Fade-Choosen. Ah, Satanic Bible... Wertfeuer, aber... Nein. Ach komm schon, Satan! Jetzt gib uns doch die tote Katze oder so! Oh! Na gut. Ich finde es jetzt auch wieder schon mal wieder so was Eisiges zu zocken. Da hab ich wieder richtig Lust drauf gerade. Jetzt komm schon! Okay... Okay... Das schaffen wir! Ich hab dann einen Schlüssel, ich droffel! Oh! Mein Handy war gar nicht im Laden, hab ich gerade irgendwo gesehen. Rangetown. Ähm... Ich bin dann überlegen wie die... Oh Leute, er hat sich da oben fast gepackt. Ist ja mal cool. Na komm... Jetzt kriegt natürlich das ganze Geld. Glaubst du, das kriegst du, ne? Oder du kriegst meine Herzen? Keine vergessen! Das ist cool! Aber ich hab schon mal überlegen, ob ich das äh, let's playen soll. Also... Jetzt... Ja okay, man kann wirklich sagen, dass ich Boss of Steel das playen wollte. Normalerweise ist jetzt nicht irgendwie ein Superman... Äh... Manch... Spiel oder sowas. Ah ne, der... Superman, der war nicht Boss of Steel, der war Man of Steel, ne? Ich kenne mich mit Superman so gar nicht richtig aus. Also... Ich bin wohl eher so der Batman-Fan, finde ich. Spiderman... Hm... Spiderman ist irgendwie so... Bäh... Ist das denn eigentlich so ein... Eben Superheld? Schreibt's mal in die Kommentare. Wird mich mal interessieren. Also... Was ich auch noch so ganz gerne mal geschaut habe, war hier die Avengers. Also... Iron Man halt... Ich hab gerade gesagt, ich hab Scarecourt. Aber das war aber ein bisschen was anderes. Ähm... Oh... Thor... Alles sehr bekannt. Hawkeye... Ja, die Avengers hab ich schon... Die magisch. Ich hab auch beide Filme geschaut, die hier rausgekommen sind. Also... Age of Ultron... Und... Was war das noch? Der erste Avenger Zell schafft, hat er gar keinen Unterfüttel. Also... Zweiter Dill. Geh drauf! Oh... Oh... Windstone Baby! Hallo... Du frisst meine Aufnahmezeit. Oh... Ugh... Du ziehst mich alles so keine Leine Länge. Ja, ja, mach ich doch gerne. Ja, das sieht so auch keiner aus, einfach nur Gürglings. das ist jetzt so herausragend ich weiß nicht wie ich mit dieser herausforderung klar kommen soll so krass ich würde es auch ganz gerne mal versuchen mit der täte pille würde ich mal versuchen in den error room zu kommen machen wir aber erst wenn wir den potz hier besiegt haben Konkrest Konkrest außer ich versuche nicht positioniert laser beams das ist ein guter Pony ernsthaft, Sata, Baby? Better oder das hautes Pony komm schon I am Error. Verdammt, ich hasse dieses Spiel. Wobei, ich brauche eigentlich Damage. Komm, wir brauchen den Damage gerade. Jetzt hoffe ich wirklich, dass wir hier noch in dieser Ebene das letzte Kapital bekommen. Weil, Stopwatch können wir nicht mehr kriegen. Können nur noch äh, Kapi werden. Ja, wow. Was ist das hier? Wie wär's denn? Soll ich auch Fleiß können wir schon gar nicht werden. Da waren wir viel zu wenige Items. Das kommt schon. Bitte. Blob. So, der falsche Korb. Ich glaube, ich fühle wirklich nur noch Spannung, was Wind Waker werden schon bleiben sind. So, was ich nochmal sagen kann, ab äh, Womp und Urtural World, oh, scheiße, das ist gar nicht auf, krass. Ähm, gibt es ein Special bei diesen Boss Challenge Schubens? Und zwar, komm, ob wir drei bossen. Aber ich glaube, es sollte jetzt echt kein Kickheim sein. Vor allem die Bimbo-Pilo-Normal-Version pissen. So. Ich hasse es, ich will Gaffi sein. Ah, jetzt kommt. Wir gehen hier nach Pro. Ne, ich weiß nicht, ich spiele. Ich habe es gleich einfach in der Nacht hochgeladen. Und ich spiele dann gleich bei Professor Layton. Da haben wir in letzter Zeit richtig Lust drauf bekommen. Aber jetzt, wenn ich, ähm, Frankreich hier war, in Gidell, habe ich hier auf dem DS wieder Professor Layton und, ähm, die Maske der Wahrheit ist es, glaube ich. Also bei diesem Sichter, ich bin mir nie sicher, ich habe schon gleich einfach vor die Ohren. Boah, ähm, brauchst du gleich noch die Maske der Wahrheit, glaube ich. Ich bin mir nie sicher auf der Rückfahrt oder auch der ältere Titel ist. Aber, ich glaube, das ist jetzt mal sogar der Titel. Hade ich dann angefangen zu spielen, habe ich auch während der Fahrt, auf der Rückfahrt dann noch durchgespielt. Ich liebe es einfach die Layton-Reihe. Oh Mann. Da ist ein Professor Ray-Baby bei. habe ich dann vorgestern wieder mit dem Layton und dazu mich jetzt von As-Land angefangen. Lieb ich auch. Verdammt, ich hätte ja hier schon durchgefressen in diesem Bereich. Ich kriege noch das letzte Gubbitte-Teil. Wenn es das letzte ist, was ich tue. Ich war Polizia Verlust. Das ist auch wieder so eine Witznummer als Boss. Und tot. Eine einfache rote Kiste mit der toten Katty. Ich merke dass ich wieder so ein bisschen unkonzentriert werde, aber bei solchen Gegner die ich hier bekomme muss ich konzentrierter werden. Auf jeden Fall. Komm. Wir gehen rein. It lives. Aktivieren. Mal aktivieren. Wir brauchen gerade jeglichen Damage. Yo, Wimstone Baby. Yo. Warte, die Karte hätte ich mir eigentlich auch geben müssen für den nächsten Boss. Ah, hier war ein Safe Point. Wimstone! Und wir sind erkommen. Und wir gehen weiter nach oben. Wir steigen das göttliche auf. Schaut mal, seitdem was wir bekommen hatten, war wirklich das Polaroid. Ja, okay, da zue ich durchschauen nochmal so ja, da zue ich durch haben wir dieser wundervolle weiße Kaul da. Aber so richtig schon Alter. Weiß, heck, hier ist noch kein Komisch. Ey, das kann es nicht sein. Drei verdammte rote tun. Ja, komm hier. Das tat wie deine französische mutter namen Luisa. Ich hatte aber heute meine erste Galiere in die Stunde. Und ich muss sagen, irgendwie mag ich die Sprache nicht. Die ist mir viel zu hektisch. Also, dass es nicht eine Sprache ist, das war mir schon klar, aber ich nicht nur die Sprache zeigt sich auch unser Lehrer. Und irgendwie verdimmt einem das dann schon die Sprache, finde ich. Weil das komische ist, es ist noch nicht mein Lehrer, es ist kein Student, das ist irgendwie wirklich was ganz komisch ist. Unser Schuh hat einfach noch gesagt, wir haben nicht genug Geld für einen Lehrer, oder können keinen Lehrer dafür abstellen. Wir haben auch keinen italienischen Lehrer. Und haben dann einfach von irgendwo sich einen Italiener offiziell gemietet. So kann man das ausdrücken. Also kann er wirklich so sagen. Alter. Weed. Lass die scheiße sein Geed. Scheiße. Wow. Jetzt aufpassen. Los. Aufpassen. Gefallen, aber noch nicht gebannt. Eintreffer, wir sind gerade tot. Oh Scheiße. Warum muss jetzt die ausgerechnet zur Hau und auftauchen? das Brimstone und Kripp Bier. Alter. Leck mich fett. Und Scheiße. Haben Sie da ein bisschen weitergekommen als im letzten Run? Ich habe aber heute irgendwie keinen guten Tag. Na gut. Ihr habt eine längere Folge bekommen. Und ich finde das war ein verdammt spannender Run. Aber okay. Ich würde sagen, welche Folge gefallen habe, gebt ihn nach oben. Wenn nicht Anmerkungen Kritik alles in die Kommentare und dann in diesem Sinne würde ich mal ganz ehrlich sagen Adieu Hasta La Vista Au revoir etc. Und bis bald